Hallo, zurück zu Let's Code Octawesome. Wir waren in der letzten Folge dabei stehen geblieben, unseren Cache zu implementieren und waren ein bisschen enttäuscht darüber, dass das irgendwie doch nicht wesentlich schneller geht. Ich habe das Ganze hier mal vorbereitet nochmal. Ich möchte es nochmal ganz, ganz kurz zeigen. Wenn man die Applikation startet, dann ist erstmal lange blauer Himmel. Wie man aber sieht, ist der Chunk geladen. Und nach einer Weile tauchen dann auch die Chunks auf. Aber wesentlich langsamer, als das vorher der Fall war. Ja, im Moment, also ich weiß inzwischen, ich habe ein paar Tests gemacht, ich weiß jetzt ungefähr, woran es liegt. Aber ich möchte euch trotzdem zeigen, wie genau ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin. Zum einen haben wir natürlich ein bisschen was anders gemacht, jetzt nämlich beim Generieren der Chunks. Machen wir es ja jetzt so, im Moment generieren wir die Säule fünfmal neu, obwohl wir eigentlich fünf Blöcke, also ihr wisst schon, wenn man einen Chunk abholt, dann generieren wir die komplette Säule, weil der Chunk-Generator das so haben möchte, aber speichern nur einen davon, also nur einen Chunk und machen dasselbe für die restlichen vier Chunks auch nochmal. Das heißt, das macht uns alles wesentlich langsamer. Was wir aber spätestens beim zweiten Start, und das war, glaube ich, schon der zweite Start, nicht mehr haben, ist natürlich genau diese Generierung. Es wird dann nämlich alles von der Festplatte geladen. Das heißt, das darf eigentlich nicht mehr das Problem sein. Weshalb? Wir uns jetzt natürlich die Frage stellen, was uns da jetzt gerade die Performance wegnimmt. Und aus dem Grund möchte ich das Performance-Mess-Tool, das ich in der letzten Folge schon gezeigt habe, das möchte ich gerne noch ein bisschen genauer anschauen, weil das in solchen Situationen, wenn es keine Exception gibt oder wenn man halt diese High-Performance-Zugriffe hat und es ist ein bisschen schwer zu messen, darum ist dieses Performance-Mess-Tool ziemlich cool. Lass uns das mal genauer anschauen. Ich habe das in der letzten Folge einfach mal schnell, schnell eingeschaltet, aber in der Situation brauchen wir das jetzt ein bisschen detaillierter. Man findet das in Analyze Performance and Diagnostics. Ich bin mir jetzt leider nicht ganz sicher, in welcher Version wir das tatsächlich haben. Das heißt, die Chance ist groß, dass wenn ihr mit einer Community Edition oder mit einer, wie hieß das andere, mit der Express Edition arbeitet, dass das da gar nicht da ist. Ich müsste mal nachschauen. Das können wir eigentlich gleich mal machen, weil ich mir echt nicht ganz sicher bin, Performance-Studio-Version. Performance-Profiler-Studio-Version. Vielleicht steht es ja hier irgendwo. Wird mir wünschen, dass das in den kleineren Versionen auch mit drin ist. Ich benutze hier der Ultimate, das heißt, da ist eh alles drin. Ich kann also nicht genau sagen, was hier Sache ist. Hier steht auch nur, dass ich Admin sein muss, aber hier steht nicht, welche Visual Studio-Versionen. Visual Studio Features. Für die Comparation. Nehmen wir doch mal das da. Und da steht es bestimmt irgendwo drin. Diagnostics. Ultimate. Ah, in der Premium Pro, aber das sieht schlecht aus. Ach, die kleine ist hier gar nicht aufgeführt. Na, ist ja dann erst rein. D-Bar gegen Dagnostics. Wir brauchen den Profile Performance. D-Bar, das sieht schon. Naja, gut. Das ist blöd. Das ist blöd. Also hier ist die Pro, aber ich dachte, die Community Edition wäre Pro-like. Also guckt einfach mal, ob euch da was auffällt. Das ist ein super praktisches Tool. So, und jetzt, wenn man das startet, dann kriegt man, und ich war beim ersten Mal probieren ein bisschen irritiert, weil das letzte Mal Profiling habe ich auf Visual Studio 2012 gemacht. Da sieht es ein bisschen anders aus. Ich kann jetzt nämlich verschiedene Sachen auswählen. Ich kann aussuchen, ob ich die CPU-Ausnutzung messen möchte. Und das haben wir beim letzten Mal gemacht. Das funktioniert dann, wenn die CPU-Zeit halt auf 100% ist und man wissen will, welche Prozesse gerade wie viel brauchen. Memory Usage, das werden wir auch noch brauchen, wenn wir uns um die Optimierung der Speicherverbrauchs kümmern. GPU werden wir brauchen, wenn wir mit den Shadern rumeiern, weil damit kann man halt gucken, wie viel Rechenleistung in der Grafikkarte verprasselt wird. Und das hier ist das, was man vielleicht nutzen sollte, um das zu machen, was wir jetzt brauchen. Das ist nämlich das typische Sampling, um zu gucken, welche Teile meines Codes tatsächlich wie viel Zeit brauchen. Und auch da kann man sich wieder unter verschiedenen Dingen was aussuchen. Ich kann hier oben zum Beispiel gucken, das ist im Prinzip jetzt das CPU-Messinstrument, um zu gucken, wie viel CPU-Zeit, das hatten wir beim letzten Mal schon, wie viel CPU-Zeit von welchen Methoden verbraucht werden. Das ist aber gerade nicht unser Bottleneck. Deshalb, Memory ist nicht das Problem, CPU ist nicht das Problem. Wir haben Probleme mit den Locks. Und das kann man hier unten schön machen. Also hier gibt es diese Möglichkeit, rauszufinden, wie die Threads miteinander arbeiten. Aber das habe ich letztens schon probiert. Monogame lockt ziemlich viel, weshalb wir dann richtiges Durcheinanderkriegen von Locks. Also das hat mir überhaupt nicht weitergeholfen. Ich finde diese Instrumentalisierung ganz nett, weil das hier, das ist ziemlich performancefressend. Also ihr werdet gleich sehen, dass das Spiel nicht laufen wird, wenn wir das einschalten. Aber das Ding macht was ganz Tolles. Das hängt sich quasi vor jede einzelne Methode und hinter jeder einzelne Methode und sagt uns ganz genau, wie oft und mit wie viel Zeitverbrauch unsere einzelnen Methoden aufgerufen werden. Das ist eine super Möglichkeit rauszufinden, wie oft wir Calls auf bestimmte Methoden machen und wie lange die Calls dann dauern. Das ist, wie gesagt, die aufwendigste aller Messmethoden. Seht ihr gleich. Ich kann ausreichend angeben, welche Projekte ich wirklich messen möchte und leider betrifft das im Moment alle, deshalb lasse ich mal alle an. Das bedeutet automatisch, dass die Projekte jetzt neu kompiliert mit kleinen Hooks vor und nach den Applikationen und dann wird die Applikation gestartet. Und ihr werdet sehen, die Applikation wird nicht laufen. Das Problem ist halt einfach, dass wir zu viele Calls in zu kurzer Zeit haben. Wir haben ja sehr viele Methoden, die wenig Arbeit machen, aber sehr oft aufgerufen werden. Ich denke da zum Beispiel an GetBlock und ähnliche, weshalb einfach sehr viel Performance drauf geht, um zu messen, was da passiert. Nichtsdestotrotz wird trotzdem gemessen, halt im Verhältnis wesentlich langsamer, als die Applikation normalerweise läuft, aber sollte uns trotzdem weiterhelfen, wenn es darum geht, zu gucken, welche Methoden hier übermäßig oft aufgerufen werden oder wenn hier vielleicht Methoden aufgerufen werden, die wir gar nicht aufgerufen haben wollen. Solche Dinge. Weshalb ich das jetzt einfach ein bisschen laufen lasse. Wenn wir Glück haben, bewegt sich sogar ein bisschen was, also dass wir sehen, dass unser Charakter vielleicht langsam fällt oder so irgendwas. Aber ich kann jetzt hier weder was tun, also ich kann mich nicht bewegen, kann mit der Maus hier rumspielen, das hilft alles gar nichts. Die Applikation ist jetzt einfach durch dieses Profiling so runtergebremst, dass halt effektiv gar nichts passiert. Das ist wie gesagt nicht so schlimm, weil das, was wir messen wollen, eh am Anfang passiert. Also ich möchte wissen, warum am Anfang die Chunks noch nicht gerendert werden. Und das ist ja wie gesagt am Anfang der Fall. So, ich beende die Applikation. Ich hoffe, dass wenigstens Alt F4 hier ganz gut funktioniert. Nö, ich kann nochmal versuchen mit der Maus hier um. Aber die ist ja jetzt geblockt durch die Applikation. Okay, hat funktioniert. Und was die Applikation jetzt im Hintergrund macht, ist die Daten zusammensammeln, die es gemessen hat, weil das wird alles im Rohformat irgendwo hingespeichert, damit nicht zu viel Zeit zum Analysieren drauf geht. Das dauert jetzt ein paar Sekunden. Aber wenn das da fertig ist, dann können wir ziemlich genau sehen, wo unsere Performance oder wo unsere Threads hinlaufen und wo genau unsere Zeit verloren geht. Das dauert eine ganze Weile leider, weil hier Unmengen von Daten zusammengeführt werden. Ja, und ihr seht gleich, wie das Ganze aussieht. Wir werden gleich so einen kleinen Graphen sehen, wie ausgelastet die Applikation ist, also effektiv so ein bisschen die CPU-Zeit. Und was uns das Tool außerdem gleich liefern wird, ist ein Call-Path. Das heißt, wir werden sehen, welche Methode zu welchem anderen Methodenaufruf führt, wie viel effektive Zeit, also Echtzeit, gar nicht CPU-Zeit, obwohl ich bin mir gar nicht sicher, kann auch eine CPU-Zeit sein, in welcher Methode verloren gegangen ist oder verarbeitet wurde. Und so können wir genau sehen, welcher unserer beiden Threads an welcher Stelle besonders viel Zeit verbraten hat. Und das hilft uns dann auch weiter, rauszufinden, an welchen Stellen möglicherweise die Threads sich gegenseitig blocken oder warum das alles wesentlich länger dauert, als wir das gerne hätten. Jetzt hoffe ich doch, dass es bald mal was wird. Oh, übrigens vielleicht auch ganz interessant, man kann durch dieses Analyse-Tool auch sehen, was der Hot-Path ist. Und Hot-Path heißt im Prinzip der Pfad, der am allermeisten der Rechenzeit verbrät. Und das ist auch meistens der, den man anschauen möchte. Und das ist auch ein bisschen der kritische Punkt. Ich hatte ganz, ganz am Anfang des Let's Codes mal gesagt, ich möchte nicht ständig auf Performance gucken und ich möchte nicht jeden Rotz bis ins Detail optimieren, sondern immer nur die Sachen angehen, die am meisten stören. Also, dass wir uns nicht verkünsteln in kleinen Zugriffsmethoden, die nachher sowieso kein Mensch mehr braucht oder die vielleicht einen Bruchteil unserer Applikation ausmachen, sondern ich möchte mich auf die Sachen konzentrieren, die super kritisch sind, die uns die Performance wirklich rauben und die halt wirklich massiv in den Ablauf eingreifen. Und das sind genau die, die wir jetzt gleich im Analyse-Tool sehen werden. Das Tool wird uns nämlich gleich, wie gesagt, die kritischsten Methoden anzeigen und das werden wahrscheinlich auch, also sehr wahrscheinlich sind das genau die, die wir jetzt auch gleich anschauen müssen. Das weiß ich noch nicht genau. Das hängt jetzt einfach ein bisschen davon ab, was die Analyse gleich ergeben wird. So langsam könnte es aber mal fertig werden. Wie gesagt, da wird viel analysiert, viel gemessen. Na, das sieht doch gut aus. Das geht weiter. Jetzt wird der entsprechende Report generiert und den sehen wir auch gleich. Oh Gott, nein! Es wurden erst die Daten zusammengesammelt. Jetzt wird der Report erst generiert. Das kann several minutes dauern. Das ist natürlich nett. Das ist das, was wir hier oben sehen. Immerhin haben wir eine Progress Bar. Dann weiß ich, wie lange ich labern muss, ohne dass irgendwas passiert. Ganz nett. Im Prinzip hier auch gleich der Performance Explorer. Der speichert quasi eine Liste von Reports, die in der Zwischenzeit generiert wurden. Genauso wie die Profiles, die ich angelegt habe. Also das, was ich gerade ausgewählt habe, was wir messen wollen. Das kann man in verschiedenen Profiles abspeichern und sagen, okay, das sind die typischen Dinge, die ich messen will. Also bei den Profiles, die wir ausgewählt haben, da kann man auch ganz, ganz viel mehr einstellen. Also man kann limitieren auf bestimmte Methoden und man kann hier sehr, sehr viel Feintuning betreiben, damit das nicht ganz so umfangreich wird, wie das, was wir hier gerade pauschal ausgesucht haben. Und diese Settings kann ich dann hier speichern und kann diese Messungen auch immer, immer und immer wieder durchführen, um halt vergleichbare Sachen zu haben. Jo, ich vermute, wie gesagt, dass es in unserem Cache das Problem zu finden ist, weil im Moment haben wir natürlich, und das ist jetzt nur so eine Vermutung, einen Cache, der aus 10.000 Elementen im Worst Case besteht und die 10.000 Elemente halt alle per Dictionary adressiert werden. Das bedeutet, dass wir jedes Mal wieder auf eine Liste von 10.000 Elementen zugreifen und dann das entsprechende Element rausgesucht werden muss. Es gibt da ein paar Methoden, um das zu tun. Denn Dictionary ist relativ smart, das heißt, das geht jetzt nicht alle Elemente durch und guckt, wo der Index ist, sondern da wird natürlich im Vorfeld schon ein richtiger Indexbaum zusammengebastelt und damit der Zugriff möglichst schnell optimiert. Also wir können uns darauf verlassen, dass das Dictionary das Bestmögliche macht, um unseren Zugriff zu optimieren. Dennoch dauert es halt eine Weile. So, der Report ist fertig. Wie versprochen hier erstmal der Graph der CPU-Auslastung. Und man sieht, CPU-Auslastung ist nicht unser Problem. Wir gammeln hier bei 20% rum. Das bedeutet, das Bottleneck ist ganz woanders. Sehr wahrscheinlich beim Festplattenzugriff oder irgendwas. Weil die Festplatte relativ langsam ist im Verhältnis zur CPU oder zum Arbeitsspeicher. Deshalb, wir laden ja am Anfang sehr, sehr viel. So, also wir sehen jetzt hier den kompletten Verlauf der Applikation. Ich gehe mal davon aus, dass der hintere Teil vom Persistieren der Daten ist. Deshalb werde ich versuchen, nur einen kleinen Ausschnitt aus der Applikation zu nehmen. Das ist einfach der hier vorne. Es bleibt ja unverändert. Wir haben ja grundsätzlich das Problem, dass wir von vorne bis hinten immer den selben Block haben, hoffentlich. Und was man hier sieht, der Hot Path, den habe ich schon versprochen. Es gibt effektiv zwei Stück. Das ist jeweils in den beiden Threads, die wir haben. Einmal die Main-Loop und einmal die Background-Loop. Ja, war zu erwarten. Und wenn man jetzt will, kann man da noch ein bisschen rein und kann sich anschauen, was da zusammenhängt. Also wir haben zum einen den Haupt-Call auf unseren Background-Loop und dort drinnen verpackt ist die Main-Funktion und dort drinnen teilt sich der Aufwand halt auf zwischen dem Aufruf von Dispose, Run und vom Konstruktor und solchen Sachen. Das heißt, man kann hier reingucken und kann gucken, was denn genau hier unser Problem ist. Fill-Chunk-Renderer ist hier der Hauptverbraucher. Das war zu erwarten. Hier drinnen können wir dann reinschauen, was genau im Fill-Chunk-Renderer blockt. Get-Chunk ist hier das Hauptproblem. Und da kann man natürlich nochmal rein. Die Hauptzeit hier in Get-Chunk ist auf Get. Und hier sieht man jetzt übrigens auch schon die Differenz der Zahlen. Wir haben hier, hier ist noch die Rede von 49%. Hier kommen plötzlich nochmal irgendwo die 5% her. Die kommen nämlich aus einem anderen Call, sehr wahrscheinlich. Und plötzlich sehen wir hier Zahlen, die größer sind als die ursprüngliche Zahl. Das bedeutet einfach nur, dass der Aufruf auf Get 55% unserer Zeit ausmacht, wovon halt wahrscheinlich 50% von Get-Chunk kommen und nochmal 5% von Get-Block. Und so baut sich das Ganze dann zusammen und wir können dann gucken, wo die Zeit verloren geht. Das heißt, die Hauptzeit geht effektiv in unserem Cash verloren. Und das ist natürlich was, was sehr, sehr interessant ist. Und wenn man da aber reinschaut, dann sieht man auch, das ist ja verrückt, wir verbrauchen zum Abrufen der eigentlichen Chunks, wo ich jetzt eigentlich dachte, wo das wirkliche Schwierigkeit ist, das wirkliche Bottleneck ist, nur 3% der eigentlichen Zeit, die gerade zur Debatte steht. Der Invoke, das ist im Prinzip unsere Methode, wahrscheinlich Load-Chunk. Das heißt, da gehen 20% drauf, das ist aber eine Zeit, mit der haben wir kalkuliert. Und jetzt haben wir was ganz Spannendes, hier haben wir nämlich einen Monitor-Enter. Und Monitor-Enter heißt der Lock. Also dieses Schlüsselwort Lock ist eigentlich nur ein Wrapper um diese Threading-Monitor-Klasse, die man hier sieht. Und ja, Monitor-Enter ist im Prinzip der Eingang der Lock. Das ist auch da, wo gestoppt wird, sollte ein anderer Thread auf unserem Zugriff sein. Okay, das heißt, effektiv ist die Lock unser akutes Problem. Ich sehe jetzt hier, 33% unserer Zeit geht nur dabei drauf, zu warten, dass irgendein anderer Zugriff auf unseren Cache passiert. Und das ist was, was nicht akzeptabel ist. Das ist viel zu viel, weshalb wir jetzt mal gucken müssen, wo die ganzen Calls herkommen. So, was wir hier übrigens noch machen können, ist natürlich zu gucken, wie der Calltree ausschaut. Und da kann man dann halt wirklich das Ganze baummäßig anschauen. Also die Exe selber hat zwei Hauptmethoden, die aufgerufen werden. Main und in Main werden wir sehen, das ist das, was die Game-Klasse vom XNA-Framework, beziehungsweise vom Mono-Framework zur Verfügung stellt. Das heißt Run und da ist die ganze Update. Und da kann man also gucken, wo geht die Zeit an der Stelle hin. Hier haben wir uns auch die detailliertere Info, Number of Calls beispielsweise. Sollten wir irgendeine Methode haben, die eindeutig viel zu oft aufgerufen wird, dann können wir das hier wunderbar sehen. Weil die vorherige Messung, die wir gemacht haben, war nur CPU-Zeit. Das ist effektiv so, dass die Applikation von außen beobachtet wird und immer zu bestimmten Messzeitpunkten wird reingeguckt, wo sind die Threads gerade. Weshalb die vorherige Messung, also die CPU-Messung, die wir vorher gemacht haben, die kann uns nur sagen, wie oft im Verhältnis zur vergangenen Zeit die Threads in den entsprechenden Methoden drinnen waren. Mehr kann das Ding aber nicht sagen. Die Messung kann dir nicht sagen, ob der Thread schon wieder oder immer noch da drinnen ist. Das heißt, er kann dir nur sagen, tendenziell verbringt die Applikation 30% ihrer Zeit in dieser Methode. Aber nicht, wie oft sie rein oder raus geht oder wie lange die Methode an sich dauert, sondern nur, dass die Applikation halt dort drinnen ist. Diese Messung hier hängt sich halt auf jeden Call rauf und kann mir ganz genau sagen, dass die Methode Update in der Zeit, wo wir die Applikation hier gemessen haben, 161 mal aufgerufen wurde. Das ist sehr, sehr exakt, weil da jedes Mal so ein Hook drinnen ist, der das ausmisst. Und dann kann ich auch gucken, wie viel Zeit vergeht in dieser Methode, wie viel pro Call und solche Sachen. Also das ist eine sehr, sehr detaillierte Messmethode, aber ihr habt es ja gerade gesehen, auch eine sehr aufwendige Messmethode. Es ist ein bisschen schwer, da jetzt Echtzeitdaten rauszuholen. Gut, worauf wollte ich raus? Ich wollte darauf raus, dass wir ein Log-Problem haben. Und jetzt stellt sich die Frage, warum wir das haben. Und das können wir ja mal gucken. Also man sieht hier, die Auflistung der Report ist ziemlich spannend. Also man sieht hier die beiden Hot Paths, das sind im Prinzip die beiden Threads. Die teilen sich quasi den Aufwand, ja, 50-50 eigentlich. Und hier unten sehe ich auch die Function mit dem meisten verbrauchten Zeit effektiv. Und ja, wenn halt ein Log ganz oben auf meiner Liste steht, dann läuft hier massiv was falsch. Was wir hier außerdem sehen in Serialize, Moment mal, Serialize. Ah, wir haben noch alles drin. Was man hier oben jetzt machen kann, das ist die Werte hier, die betreffen die komplette Laufzeit der Applikation. Aber wenn man weiß, dass man am Ende der Applikation andere Dinge tut als am Anfang, dann kann man das hier so machen. Man selektiert einen bestimmten Anteil der Zeit und sagt, man möchte alle Informationen nach diesem Zeitfenster filtern. Und das erlaubt mir dann, in einen bestimmten Zeitbereich des Reports reinzudrehen. Und dann sehen wir auch die ganzen Messergebnisse, den Hot Path und den schlimmsten Methodenaufruf. Das sehen wir jetzt auf diese Zeit hier beschränkt. Das heißt, hier ist jetzt nicht mehr der Serializer drinnen, weil wir am Anfang der Applikation nicht serialisen, wir deserialisen nur. Und da sind wir dann ganz oben und sehen, aha, da ist jetzt nicht mehr der Log das Problem, sondern jetzt sind wir hauptsächlich in der Serialize-Methode, äh, deserialize. Also das Laden der Daten von der Festplatte verbraucht hier 30% unserer Zeit. Was okay ist, so lange dauert es halt. Festplattenzugriffe sind langsam und damit müssen wir leben. Ähm, den Binary Reader und das alles, das ist ja alles Teil der ganzen Deserialize-Geschichte. Das heißt, das ist sogar Teil davon. Am Ende haben wir sogar dann noch wesentlich mehr Zeit im Laden. Okay, aber wir wollen ja eigentlich gucken, warum wir mit unserer Main-Methode gerade so ins Stocken kommen. Und, ähm, ja, die Hot Paths sind jetzt nämlich auch andere. Das ist jetzt nämlich hierbei der Background-Thread, der ja eigentlich für die Deserialisierung zuständig ist. Sondern, das sind jetzt ganz andere, nämlich Get-Chunk, sehr wahrscheinlich eben Main-Path. Ähm, und, äh, so Sachen wie Update und Update, ich gehe mal davon aus, dass das wieder in unmittelbarer, ja genau, in unmittelbarer, äh, in unmittelbarem Zusammenhang mit unserem eigentlichen Kram steht. Und jetzt haben wir eigentlich auch schon die beiden kritischen Punkte, die sich gegenseitig blocken. Wir haben nämlich einerseits den Get-Chunk. Und der Get-Chunk wird sehr wahrscheinlich hauptsächlich vom Background-Flash aufgerufen. Das ist nämlich das, was wir brauchen, um diesen Vertex-Buffer neu zu basteln. Und wir haben im Gegenzug, das hier vorne im Update-Bereich, haben wir nämlich hauptsächlich Get-Block. Und Get-Block nutzen wir nämlich, um die ganzen Kollisionsberechnungen zu machen. Ähm, also der kleine Unterschied. Wir haben im, ähm, wo machen wir das denn? Im, ähm, gehen wir mal in Planet rein. Und, äh, dann können wir die beiden Methoden mal anschauen. Wir haben, ähm, Get-Chunk. Und Get-Chunk wird hauptsächlich vom Scene, von der Scene-Komponent aufgerufen. Nämlich da, wo wir, äh, wo ist der Call? Da. Wo wir Fill-Chunk-Renderer machen. Weil die Chunk-Renderer an sich nicht den einzelnen Block brauchen, sondern die greifen direkt auf den kompletten Chunk zu. Das ist eine coole Sache, weil der Chunk-Zugriff relativ smart funktioniert. Das haben wir jetzt mit unserem, ähm, mit unserem Cache relativ gut gemacht. Was wir aber außerdem haben, ist der Get-Block. Das hier unten. Der Get-Block nutzt im Prinzip auch den Get-Chunk, um den Chunk zu holen. Aber das ist das, was ich schon vermutet hatte. Wir haben nämlich hier in der Update-Domain, das ist quasi die Update-Methode des, ähm, na, des, ähm, verdammt nochmal, äh, der, der, der Kollision, da sind wir doch. Ähm, hier machen wir nämlich für jeden Block, der für die Kollision potenziell in Frage kommt, und da hatten wir ja schon mal so hochgerechnet, das werden ja sehr wahrscheinlich um die 40 Blocks pro Frame sein, machen wir jedes Mal einen Get-Block. Und ein Get-Block sorgt für einen Get-Chunk. Obwohl die Blocks, die wir da abfragen, alle im selben Chunk sind, oder weitestgehend im selben Chunk, haben wir das Problem, dass wir hier jedes Mal den Chunk aus dem Zehntausender Dictionary rausholen, was irrsinnig viel Zeit kostet und vor allem das Dictionary lockt. Und das, das, das Locking ist das Problem. Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten aus dem Problem rauszukommen, die machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Es gibt einerseits einen Lock-Mechanismus, der unterscheidet zwischen Lese- und Schreibzugriffen. Also wir können grundsätzlich einen anderen Lock anwenden, wenn wir sowieso nur lesen. Das, ähm, erleichtert uns den parallelen Zugriff, sollte auf den Chunk nur lesen zugegriffen werden. Also ihr erinnert euch, wir hatten in unserem, ähm, Cache hier oben, wenn wir Get machen, dann gibt's hier oben den lesenden Zugriff. Das hier verändert den Cache nicht, das heißt, hier könnten wir eigentlich einen Read-Only-Lock machen. Und erst hier unten, wenn wir Dinge reinstecken, ähm, dieser Lock hier, das ist ein schreibender Lock. Das heißt, wir könnten hier unterscheiden zwischen lesend und schreibend. Und das würde schon mal die, äh, Anzahl der Locks minimieren, weil hier können wir dann, also der, der Read-Only-Lock sorgt dafür, dass alle, die nur lesend zugreifen wollen, parallel zugreifen können. Das ist okay. Und, ähm, außerdem gibt's, ähm, hier die Möglichkeit, schreibend zu locken. So, das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, die es gibt, es gibt neben dem Dictionary noch ein Concurrent Dictionary. Das ist ein Dictionary, das ausgelegt ist für den parallelen Zugriff, das heißt, wir bräuchten diese Locks alle nicht zu machen. Das ist, äh, fast sogar mein Favorit. Ähm, verhindert allerdings nicht, der ist nur, der ist nur unempfindlich gegenüber, äh, parallelen Schreibzugriffen. Das, ähm, ja, also es gibt keine Exceptions dadurch. Allerdings kann's trotzdem dazu führen, dass wir hier einzelne, ähm, einzelne Elemente parallel laden. Das machen wir im Moment aber sowieso auch. Also, ähm, das könnten wir nutzen, um, ähm, solche Sachen zu verhindern. Und die dritte Möglichkeit, jetzt hab ich's nämlich vergessen, ähm, die dritte Möglichkeit, die ich aber so oder so anwenden möchte, ist, ähm, zwei Caches zu machen. Einen für den direkten Zugriff in unmittelbarer Nähe. Und einen zweiten, der für den globalen Cache zuständig ist. Ähm, das sind, ähm, die Maßnahmen, die wir angehen können. Das würden wir alles in der nächsten Folge machen. Die Frage ist nur, was machen wir zuerst? Ich würde, ähm, als allererstes mal den Concurrent Dictionary hier anwenden. Ich hab mit dem noch nie gearbeitet. Ähm, allerdings gibt's den schon. Und ich würde in erster Maßnahme die Logs hier entfernen und das Concurrent Dictionary nutzen, um zu sehen, ob das... Also unser Performance Problem wird das sehr wahrscheinlich lösen. Ähm, die Frage ist nur, ob es uns weitere Probleme macht, weil wir ja jetzt dann anfangen, parallel Dinge zu laden. Und, äh, das könnte unter Umständen zu Schwierigkeiten führen. Das weiß ich noch nicht. Und, ähm, die dritte Maßnahme, diesen Read-Only-Log, den sparen wir uns dann, wenn wir das Concurrent Dingens nehmen, weil wir dadurch dann, ähm, ja, das nicht mehr brauchen. Das werden wir aber an anderen Stellen noch brauchen, weshalb das sicherer früher oder später zum Einsatz kommt. Ich wollte's hier nur mal kurz erwähnen, dass das sowas gibt. Jo, und die dritte Variante, den, äh, parallelen Cache, den werde ich so oder so machen, weil wir im Moment denselben Cache nutzen, um die globale View-Range mit Chunks zu füttern, gleichzeitig aber auch dieses Micromanagement for All, also die ganzen Kollisionsprüfungen, die machen wir mit demselben Cache. Und das ist eigentlich eine dumme Sache. Zumal wir ja bei den Kollisionen wissen, dass wir nur einen kleinen Bereich brauchen. Und der Zugriff auf dieses Dictionary hat dann doch ein bisschen, ja, ein bisschen Zeit dauert. Gut, ähm, wir sehen uns die nächste Folge wieder, wenn wir umwandeln in Concurrent Dictionary und gucken, ob wir damit unsere Probleme in den Griff kriegen. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020